Ja, hallo und herzlich willkommen an Sie alle da draußen zu einer neuen Videoausgabe von Mum und Mut von Donner und Reuschel. Ja, Mum ist Carsten Mum, Mut, das bin ich, Martin Utschneider. Ich freue mich, dass wir jetzt seit längerem Jahr wieder, Carsten, mal ein Video zusammen machen. Wir arbeiten zwar unter einem Dach, aber zum Video kommen wir dann doch relativ selten. Also von daher herzlich willkommen. Ich freue mich, Carsten. Und es ist ja auch gerade eine sehr bewegte Zeit. Zum einen fallen viele Restriktionen, die wir aus den letzten zwei Jahren kennen. Auf der anderen Seite gibt es viele Sanktionen und auch eine kriegerische Auseinandersetzung, sage ich mal, fast in unserer Nachbarschaft, also in der Ukraine, was uns natürlich alle sehr beschäftigt und natürlich auch auf die volkswirtschaftlichen und makroökonomischen Gegebenheiten Auswirkungen hat. Und natürlich, sage ich mal, das große Bild, das wir noch letztes Jahr im Dezember hatten oder das alle hatten, natürlich total verändert hat oder zum großen Teil verändert hat. Ja, ich würde sagen, Carsten, ich brauche dich nicht mehr groß vorstellen. Man kennt dich ja mittlerweile. Leg los, lass uns an deinen makroökonomischen Erkenntnissen teilhaben. Ich freue mich. Ja, es ist deine Bühne. Ja, klasse. Dann übernehme ich gern. Vielen Dank, Martin. Freut mich auch sehr, dass wir die Gelegenheit haben, mal wieder eine Aufzeichnung zu machen. Und herzlich willkommen von meiner Seite auch an alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, wie du schon sagtest, es ist einiges passiert. Es hat sich einiges getan in den letzten Monaten, seitdem wir das letzte Mal diese Aufzeichnung gemacht haben. Und insofern kann man auch sagen, wir haben also fundamental betrachtet, was die konjunkturellen Perspektiven angeht, tatsächlich ein Stück weit eine andere Welt. Und deswegen habe ich die Präsentation hier auch mit zwischen Hoffen und Bang überzeichnet oder bezeichnet. Das bezieht sich natürlich zum einen auf die eben schon von dir angesprochene Eskalation im Ukraine-Konflikt, wo wir ja tagtäglich immer nur die Nachrichten verfolgen können, mehr oder weniger fassungslos und einfach hoffen, dass das da möglichst bald ein gutes, hoffentlich gutes Ende hat. Und das bezieht sich tatsächlich aber auch auf die konjunkturelle Situation, weil eben der Ukraine-Konflikt und diese Eskalation einer der massiven und wichtigsten Einflussfaktoren geworden ist seit dem 24. Februar, seitdem es eben aus dieser Eskalation oder weiter eskaliert ist in tatsächlich einen konkreten Krieg. Ich würde ganz kurz einmal starten, sozusagen den konjunkturellen Weltflug oder die Weltreise ganz im Westen in den USA. Dann kurz schauen, wie es in Deutschland und der Eurozone eigentlich aussieht, um dann einen ganz kurzen Blick auch nochmal auf die konjunkturellen Erwartungen im Osten der Welt, in Anführungsstrichen ausgehend von der europäischen Sicht, also sprich in China zu werfen. Und wenn wir einfach mal auf den ersten Chart hier schauen, das betrifft die Situation in den USA in diesem Fall, das ist aber tatsächlich nur ein stellvertretender Blick hier. Was hier dargestellt wird über die blaue Linie ist die prozentuale Abweichung des jeweils aktuellen Ölpreises vom einjährigen Durchschnitt. Und das heißt, wenn diese blaue Kurve sehr weit oben ist, dann sind die Ölpreise eben innerhalb des letzten Jahres sehr deutlich angestiegen. In diesem Fall ist das die in den USA maßgebliche Ölsorte WTI. Und was man auch sehen kann, ist, dass immer dann, wenn eben ein solcher massiver Ölpreisanstieg stattgefunden hat, hier die Marke von 50 überschritten hat, man tatsächlich von einem Ölpreisschock sprechen kann. Und immer wenn das der Fall war, dann hat es in der Vergangenheit oft auch in eine Rezession geführt, also ein negatives Wirtschaftswachstum. Und das sind die hier dargestellten grauen Balken. Und was wir jetzt ganz rechts am Rand sehen können, ist, dass wir mittlerweile eben mit dieser Eskalation im Ukraine-Konflikt tatsächlich innerhalb kürzester Zeit den zweiten Ölpreisschock dieses Ausmaßes erleben. Der erste, der war eben nach der doch sehr überraschend deutlichen wirtschaftlichen Erholungen nach der Corona-Rezession, die wir ja im Jahr 2020 gesehen haben. Und der zweite ist jetzt eben bedingt durch die Ukraine-Krise. Und das bedeutet natürlich für Unternehmen nochmal einen massiven Energiepreisanstieg oder insgesamt sogar gesehen einen massiven Rohstoffpreisanstieg und damit eben einen deutlichen Anstieg auch der gesamten Erzeugerpreise. Daran kann man also schon mal sehen, dass die konjunkturellen Perspektiven doch tatsächlich sich innerhalb der letzten zwei, drei Monate deutlich verschlechtert haben. Ich zeige gleich nochmal, was das anhand konkreter Zahlen auch bedeutet, dass es so den einen oder anderen Hinweis gibt, dass zumindest eine erhöhte oder größere Rezessionsgefahr besteht als noch vor einigen Monaten der Fall. Was in den USA ausnahmslos positiv noch wirkt ist und davon zeugen auch die zuletzt in den USA doch recht positiven Umfrageergebnisse von Einkaufsmanager-Indizes beispielsweise, also Umfragen unter Unternehmen, die durch die Bank eigentlich noch recht positiv fahren. Die haben zwar davon gesprochen, dass eben die Produktionspreise explodieren, wie eben schon dargestellt, aber vor allen Dingen US-Unternehmen sind weiterhin in der Lage, diese erhöhten Kosten ganz gut durchzureichen an die Endverbraucher. Und warum können sie das? Weil in den USA die wichtigste Komponente der Wertschöpfung, also des BIP-Wachstums der private Konsum ist. Der steht in etwa für 70 Prozent der gesamten US-Volkswirtschaft oder der eben Wertschöpfung der Volkswirtschaft. Und dieser private Konsum, der wurde in der Corona-Krise insbesondere dadurch unterstützt, dass es sehr ausgiebige staatliche Unterstützungszahlungen an viele Amerikaner gab, die also eins zu eins im Konsum umgesetzt wurden. Die sind mittlerweile ausgelaufen. Aber der Konsum wird trotzdem weiterhin sehr, sehr robust sein. Und warum? Weil der Arbeitsmarkt sich sehr stark erholt hat. Und das kann man anhand dieser Grafik hier erkennen. Die dunkelblaue Linie ist die Arbeitslosenquote in den USA. Und man kann sehen, nach einer förmlichen Explosion im Zuge der Corona-Krise ist die Arbeitslosigkeit sehr deutlich zurückgekommen. Und wir haben mittlerweile 3,6 Prozent Arbeitslosigkeit. Das ist quasi das Vorkrisenniveau. Und das ist so gut wie eine Vollbeschäftigung. Gleichzeitig haben wir in den USA aber elf Millionen offene Stellen. Also die Unternehmen suchen händeringend nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Der Markt ist aber förmlich leergefegt. Und das führt dazu, dass in den USA eben deutliche Lohnsteigerungen ausgehandelt werden können mittlerweile. Und das wiederum unterstützt eben den Konsum und sorgt dafür, dass trotz steigender Kosten in Amerika die Perspektiven für die Unternehmen laut Umfrageergebnissen auch für die nächsten Monate noch recht positiv sind. Kommen wir zu Deutschland. Und da haben wir tatsächlich ein anderes Bild, insbesondere was die Unternehmensumfragen angeht. Und stellvertretend oder bekanntestes Beispiel dafür ist immer der IFO-Geschäftsklimaindex in Deutschland, den wir hier sehen können. Die gelbe Linie ist der Gesamtindex. Und da kann man sehen, dass die letzte Veröffentlichung hier im März einen deutlichen Einbruch gebracht hat. Also sowohl der Gesamtindex, die gelbe Linie, als auch die Indikatoren für die Industrie, das ist die schwarze Linie oder eben für den Dienstleistungsbereich, das ist die blaue Linie, sind förmlich eingestürzt. Und das, was hier zum Tragen kommt, ist zum einen dieser Energiepreisschock. Das ist das eine. Aber die deutsche Industrie ist eben anders als die US-amerikanische, weniger vom Konsum abhängig, sondern viel mehr von der Industrieproduktion, vom Export. Und das, was wir zurzeit erleben, ist eben aus dieser Ukraine-Krise herauskommt nicht nur ein Energiepreisschock, sondern es sind auch Lieferketten wieder unterbrochen worden oder zumindest deutlich verlängert worden. Es fehlen konkret Vorprodukte in Europa und in Deutschland, beispielsweise für die Automobilindustrie. Vorprodukte, die in der Ukraine hergestellt werden, zurzeit nicht geliefert werden können. Und wir haben in Europa natürlich dann noch das viel, viel größere Problem mit der Aussicht auf möglicherweise ausbleibende Energielieferungen, die direkt aus Russland kommen. Das Problem oder diese Konstellation hat man in den USA eben nicht so deutlich. Und das heißt auch, diese Unternehmensstimmung, wie wir es hier sehen können, ist deswegen vor allen Dingen so stark eingebrochen, weil die Geschäftserwartungen sehr, sehr viel unsicherer geworden sind. Und man kann sagen, die Perspektive ist hier nach wie vor, also vom Basisszenario her positiv. Aber die Unsicherheit ist eben sehr, sehr stark geworden. Und mit Sicherheit wäre ein Szenario, wenn es also zu einem totalen Lieferstopp von Energieimporten aus Russland kommen würde, dazu angehalten, hier in Europa und in Deutschland die Rezessionsgefahr noch mal deutlich zu erhöhen. Ganz kurzer Blick nur auf das Konsumklima. Wie gesagt, hat für Deutschland eine eher untergeordnete Rolle. Aber wir können erkennen, dass hier die blaue Linie der Gesamtindex, also dass die Konsumentenstimmung seit der Corona-Krise eigentlich durchgehend auf niedrigen Niveaus ist. Das liegt daran, dass natürlich eine wirtschaftliche Unsicherheit auch für Privatleute, für Menschen da war oder im Hintergrund der verschiedenen Krisen jetzt am aktuellen Rand belasten vor allen Dingen deutlich steigende Inflationsraten und damit eben deutlich steigende Lebenshaltungskosten den Konsum. Und das heißt also, dass sowohl die Perspektiven für die Industrie in Deutschland gedämpft sind, als auch die Perspektiven für den Konsum. Das Ganze in Zahlen ausgedrückt. Dazu habe ich mal mitgebracht, die aktuellsten Prognoseschätzungen oder die aktuellsten Prognosen, was BIP und Inflation angeht, also Wirtschaftswachstum und Inflation des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft. Und man sieht auf der linken Seite die Wachstumsprognosen für verschiedene Regionen. Die sind allesamt noch positiv. Wenn Sie in der Spalte daneben schauen, diese roten Zahlen mit dem Minuszeichen, dann sieht man den Unterschied in den Prognosen im Vergleich zu Dezember letzten Jahres. Und da kann man sehen, dass eben die Wachstumsprognosen sehr, sehr stark nach unten korrigiert wurden, wenngleich eben trotzdem, und das ist und bleibt das Basisszenario weiterhin global erst mal von einem positiven Wachstum ausgegangen werden kann. Wie gesagt, für Europa und für Deutschland wäre das Worst-Case-Szenario ein totaler Energielieferstopp aus Russland. Und der würde sicherlich dazu führen, dass man dieses Basisszenario hier in ein Rezessionsszenario umwandeln müsste. Kurzer Blick auf China. Wachstumserwartung der Konjunkturexperten vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft liegt bei 4,8 Prozent auch deutlich nach unten revidiert, wie man hier erkennen kann. Das liegt zum einen auch an dem Ölpreisschock. Das liegt zum anderen aber daran, dass das Top-Thema der letzten Jahre oder das eins der wichtigsten überlagernden Themen der letzten Jahre, nämlich die Corona-Pandemie, in Europa und in den USA zwar eine abnehmende Rolle spielt, in China aber gerade zurzeit eine sehr, sehr große Rolle spielt. Wir haben nämlich für chinesische Verhältnisse relativ hohe Corona-Neufallzahlen und die führen dazu, dass wir breitgefächerte, großflächige Lockdowns haben. Diverse Millionenstädte in China sind zurzeit wieder im Lockdown. Das heißt also, dass nicht konsumiert werden kann. Das heißt, dass Produktionsanlagen, Fabriken teilweise stillgelegt worden sind und das heißt auch, dass in Containerhäfen beispielsweise die Abfertigung von Containern weiter stockt, also dass es wieder zu Lieferkettenstörungen kommt und da kann man tatsächlich sehen, dass wir hier eine Gemengelage an belastenden Faktoren eben zurzeit haben, die auch für China das Wachstum deutlich nach unten revidiert haben lassen. Ganz kurz auf die rechte Seite. Inflationsschätzungen und die sind tatsächlich durch den Ukraine-Konflikt, durch diesen Ölpreisschock oder durch diesen Preisschock auch allesamt korrigiert worden, aber eben nicht nach unten, sondern im Grunde genommen kann man sagen, dass was links an Wachstumsperspektive nach unten korrigiert wurde, wurde rechts an Inflationsperspektive nach oben korrigiert. Also das, was wir hier zurzeit erleben, ist tatsächlich global ein starkflationär wirkender Schock. Wachstum sinkt, Inflationsperspektive steigt. Basisannahme ist, wie gesagt, nach wie vor noch ein positives Wachstum für 2022, aber man kann unschwer erkennen anhand der Gemengelage die Wahrscheinlichkeit, dass die ein oder andere Region global doch noch in eine Rezession rutscht im Laufe der nächsten Monate, ist deutlich gestiegen und die Unsicherheit bei diesen volkswirtschaftlichen Prognosen ist nach wie vor natürlich sehr, sehr hoch. Ganz kurz dargestellt noch die aktuelle Situation, wie ich sie eben schon angesprochen habe. Zum einen also ja förmlich explodierende Erzeugerpreise, das sind hier die blauen Balken, das ist die monatliche Entwicklung der Erzeugerpreise in Deutschland. Im Dezember hatten wir mal in einem Monaten 5% Anstieg, seitdem ist nicht mehr ganz so hoch, aber trotzdem treiben diese Erzeugerpreise neben der direkten Auswirkung der Energiepreiskomponente die Inflation und die ist zum Schluss ja bis auf über 7% gestiegen in Deutschland. Und das ist dann auch die Perspektive aus Anlegersicht, aber auch aus Sicht eines Investors. Wenn wir hier mal schauen, diese türkise Linie ist die zehnjährige Bundesanleihe, die Rendite einer zehnjährigen Bundesanleihe liegt mittlerweile bei plus 0,6 in etwa. Die ist wieder deutlich im Plus, seit Jahren das erste Mal. Aber wenn wir davon diese explodierende Inflation abziehen, das ist hier die graue Kurve, dann bekommen wir diese grünen Balken, nämlich tief negative Realzinsen. Und das, wie gesagt, ist natürlich aus Anlegerperspektive, gerade wenn man im sicheren Bereich der Staatsanleihen unterwegs ist, in der verzinslichen Anlage ein Riesenproblem und unterstützt grundsätzlich die Nachfrage sicherlich nach realen Anlagenklassen. Soviel von meiner Seite Martin, dann würde ich mit diesem fundamentalen Blick auf die Märkte an dich übergeben und bin gespannt, wie deine Sicht der Dinge ist, was die Perspektiven der einzelnen Assetklassen angeht. Ja, vielen Dank Carsten für den Blick in die Weltkonjunktur. Und bei mir ist es auch so, ich komme auch von, ich hätte fast gesagt von links nach rechts, aber vom Westen in den Osten, was die Aktienmärkte betrifft. Aber eins noch, der Herr Mumu und ich, wir waren uns nicht ganz sicher, Disclaimer an den Anfang, Disclaimer an den Ende. Jetzt haben wir nach Diskussion, haben wir uns beschlossen, Disclaimer in die Mitte zu setzen. Also das, was wir hier erzählen, Carsten Mumu und ich, kann natürlich die Anlageberatung, die sie bei Donner und Reuschel genießen, bei ihren Betreuern, bei ihren Beratern, bei ihren Finanzplanern nicht ersetzen. Wir schauen natürlich zum einen fundamental, aber auch technisch über die Märkte, über die weltweite Situation. Aber eine individuelle Beratung oder eine individuelle Kauf- oder Verkaufsempfehlung, speziell jetzt bei den folgenden Charts, ist diese Präsentation oder dieses Video natürlich nicht. Darauf wollten wir einfach noch mal kurz hinweisen. Sie können aber ganz vertrauensvoll zu ihrer Beraterin, zu ihrem Berater bei Donner und Reuschel gehen und die werden dann mit ihnen ein individuelles Konzept erstellen, beziehungsweise sie auch ganz individuell beraten. Ja, ne, ich fange doch nicht in den USA, ich fange bei uns an, merke ich gerade, der DAX. Ja, ist nichts Neues. Zuletzt hat der DAX so ein bisschen mit einem Eröffnungsgap und einem darauf folgenden Eröffnungsgap ein bisschen für Furore gesorgt. Man hoffte nach der ersten Verhandlungsrunde zwischen der Ukraine und Russland auf eine, ja, ganz schnelle Einigung, eine Beendigung der kriegerischen Auseinandersetzungen. Das hat nicht gefruchtet, das hat nicht funktioniert. Im Gegenteil, die Fronten sind verhärteter, denn je hat man den Anschein und dementsprechend auch die Perspektive des DAX. Also der DAX hat es versucht in letzter Zeit, diesen Ausbruch aus diesem Abwärtstrend zu schaffen. Er hat es nicht gepackt. Er hat also die wichtige Marke von 14.980, auf die wir von Donner und Reuschel ja schon ganz oft hingewiesen haben. Die hat er zwar getestet, man sieht es hier an diesem Kreuzwiderstand, aber er hat nicht einmal, also nicht mal ein kurzes Überhandeln geschafft und dementsprechend sind wir jetzt wieder in der Abwärtstendenz drin. Der DAX könnte sogar dieses Gap, das wir hier sehen, diese 13.975 wieder ansteuern. Also wir sehen summa summarum, der DAX ist im übergeordneten Abwärtstrend und kleine Rallys sollten im Moment aus Trading-Gesichtspunkten für Gewinnmitnahmen verwendet werden. Wir können natürlich nicht, und das kann die technische Analyse natürlich nicht sagen, aber wenn natürlich, ja, ich sage mal, der White Swan käme und der Krieg wäre von heute auf morgen beendet, dann haben wir die Möglichkeit, dass wir in eine Rutsch vielleicht sogar über Nacht über wichtige Marken steigen. Aber das sehen wir im Moment noch nicht. Das ist noch nicht der Fall. Und dementsprechend Aktien bleiben perspektivisch, ja, attraktiv, aber sind natürlich jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch an den anderen Märkten übergeordnet abwärts gerichtet. Ähnlich auch hier der S&P. Der S&P hat zuletzt versucht, eine W-Formation auszubilden. Der S&P sieht nicht so charttechnisch kaputt, sage ich mal, aus wie der DAX. Und da gilt auch so momentan, ja, die Regel ist es nicht, aber der Anschein trügt auch nicht, je weiter der Krieg weg ist, desto stabiler sind die Märkte. Und beim S&P 500 spielt eigentlich weniger im Moment die kriegerische Auseinandersetzung eine Rolle, sondern die inverse Zinsstrukturkurve, die wir hier sehen in Amerika, wo die zweijährigen Bondrenditen mittlerweile die zehnjährigen überflügelt haben. Und dementsprechend macht man sich hier in den USA auch aktienseitig ein bisschen Sorge. Und das sieht man auch in der technischen Situation. Die W-Formation hier wurde angelaufen. Man sieht hier diese Linie hier oben, hat aber nicht dazu geführt, dass wir wieder in den Aufwärtstrend zurückkehren konnten beim S&P. Und deswegen ist der S&P jetzt auch zwar in einer noch übergeordneten Seitwärtsstruktur, könnte aber auch kurzfristig wieder Richtung 200er-Tagelinie oder sogar 38er-Tagelinie bei 4401 Punkten nach unten tendieren. Zu den genauen Marken habe ich am Schluss noch eine Übersicht dabei, deswegen gehe ich jetzt gar nicht genau darauf ein. Bei Nasdaq 100 ein ähnliches Bild, auch eine W-Formation, zwar ausgebildet, aber nicht überhandelt. Also es ist ein klassisches Chart-technisches Muster. Gleichzeitig aber auch die volkswirtschaftlichen, hätte ich gesagt, die markttechnischen Indikatoren auf Verkauf. Also im Moment auch Nasdaq nach dem kurzen Aufborden hier nach diesem kurzfristigen Aufwärtstrend, den wir hier gesehen haben von knapp 13.000 auf 15.000, ist natürlich prozentual auch sehr, sehr viel. Testet jetzt die 14.773 und ist es davon auszugehen, dass wir hier kurzfristig wieder drunter fallen. Im Moment haben wir auch ein sogenanntes Death-Cross hier aus der 100er-Tage-Linie, aus der 100er-Tage-Linie und der 200er-Tage-Linie. Das sehe ich jetzt gerade ganz spontan. Also auch hier eine Tendenz, dass der Chart weiter Schwäche zeigen kann und wohl auch wird. Jetzt sind wir ganz weit drüben im Osten. Jetzt sind wir in Japan. Der Nikkei ist auch weiterhin in der übergeordneten Abwärtstendenz drin. Er hat auch hier, also wir sehen im Moment ganz für Chart-Techniker ist es gerade wieder ein Eldorado an Muster und an Signalen. Der Nikkei hat es versucht hier öfters mal in den letzten, ich sage mal sechs Monaten und ist immer wieder an dieser oberen Trend-Linie gescheitert. Hier sogar gestern, nicht gestern, vor ein paar Tagen Intraday mit einer speziellen Doge-Candlestick-Formation, um dann gleichzeitig auch unter die 200-Tage-Linie zu fallen. Also auch hier in Japan gilt wie beim DAX, wie beim S&P und wie beim Nasdaq 100 Vorsicht und ähnlich wie der DAX ist auch der Nikkei in einem übergeordneten Abwärtstrend. S&P und Nasdaq ja noch, sage ich mal, leicht seitwärts zu werten, aber auch mit der Tendenz aus dem Seitwärts in eine Abwärtsbewegung umzumünden. Jetzt kommen wir zu etwas, wir sind in den letzten, sage ich mal, zu meiner Nicht-Traurigkeit, aber ich war da so überrascht, wie das Gold gerade die letzten ein, zwei Jahre so ein bisschen an Beachtung verloren hat, beziehungsweise auch ein bisschen an Standing. Aber Gold, glaube ich, haben wir jetzt gemerkt, hat seine Renaissance gefeiert und nicht erst zuletzt mit fast wieder einem neuen Hoch bei 2075 Dollar. Wir waren ja vor einiger Zeit, vor einigen Wochen knapp darunter. Es war die ganze Situation schon letztes Jahr im Oktober, November. Als wir diesen Abwärtstrend verlassen haben, da hat noch kein Mensch davon gesprochen, dass jetzt die Corona-Krise wohl im nächsten Jahr sich dem Ende neigt, dass vielleicht hier eine kriegerische Auseinandersetzung in welchem Land auch immer stattfinden kann. Gold hat es geschafft, ist weiterhin in diesem Aufwärtstrend drin, testet aber im Moment ganz massiv die Nackenlinie einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation bei 1922. Also für jeden, der im Moment sich überlegt, kurz- bis mittelfristig auf den Goldpreis zu setzen. Der sollte im Moment ganz klar die 1922 beobachten. Perspektivisch sehen wir das Gold mittelfristig bei 2200 bis 2500 und so ist auch das Chart-Bild. Also diese Schulter-Kopf-Schulter-Formation ist im Moment, man sieht es auch, die Nackenlinie ist sehr, sehr stark. Also das Gold hat eine wirklich starke Nackenlinie. Deswegen halten wir auch an der perspektivischen Tendenz fest. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich bin eigentlich kein Gold-Anleger, sondern vielleicht kurzfristiger orientiert, der sollte erst einmal die Entwicklung bei der 1922 abwarten. Ja, WTI-Cast, Mumm hat es vorher auch schon erwähnt, da geht es weiter nach oben. Also da ist aus technischer Sicht, wir haben seitens der 200-Tage-Linie bei 103 und seitens der Chart-Technik auch in diesem Bereich und der Aufwärtstrendlinie einen deutlichen Support. Aber man sieht schon, der Aufwärtstrend ist sehr, sehr eng. Also die Tendenz ist weiter aufwärts gerichtet, aber es ist ein sehr enger Kanal und dementsprechend kann da auch schnell was passieren und wir testen im Moment die untere Linie dieser Aufwärtsbewegung. Und wie gesagt, bei 103 bis 100 haben wir so eine Support-Line. Die sollte man auch wirklich mal beachten, wenn man auf das Gold setzt. Aber prinzipiell sind wir hier weiter, gehen wir von weiter hohen Ölpreisen aus. Ja, die 10-Jahres-Rendite im Bund. Also wir hatten ja zuletzt in den USA den Bruch eines 40-jährigen Abwärtstrends. Die 10-Jahres-US-Treasuries waren ja 40 Jahre in einem Abwärtstrend. Der wurde jetzt verlassen mit dem Überhandeln der 2,4% Rendite in den USA. Davon sind wir jetzt natürlich in Europa noch weit entfernt von 2,4% Rendite. Aber der Carsten Mumm hat es ja vorher auch schon gesagt, 0,65. Also da war man auch schon lang nicht mehr. Also das ist schon knappe zwei Jahre her. Jetzt mal überschlagen oder mehr als drei Jahre her. Aber die Tendenz ist absehbar. Und wenn Sie unsere Donner- und Reuschel-Publikationen verfolgen, wenn Sie sehen, dass wir Carsten Mumm und ich auch schon in diversen Calls letztes Jahr gesagt haben, hey, da kommt was, da kann was passieren. Die Null-Rendite ist wahrscheinlich nächstes Jahr per se. Und das ist auch passiert. Also dieser Ausbruch der Rendite ist da. Er ist nachhaltig und man kann weiterhin davon ausgehen, dass die Renditen weiter steigen. EZB hat ja schon angekündigt signalisiert, dass es wohl Ende 2022, aber spätestens Anfang 2023 wohl einen Schritt geben wird. Und ich sage dabei immer, die 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 Mahnrufe und Warnrufe seitens unseres Vorstands Herrn Fitt und von Carsten Mumm sind endlich in Brüssel angekommen und da wird endlich mal was passieren. Und das sagt jetzt auch der Chart der 10-Jahres-Rendite. Also hier weiterhin steigende Tendenz und weiterhin aber mit einem deutlichen Spread gegenüber der USA und dementsprechend schaut auch der Euro aus zum US-Dollar. Diesen Rendite-Spread, diesen Zins-Spread sehen wir natürlich in gewisser Weise auch hier in diesem Chart. Und da kann man nur sagen, Abwärtstrend verlassen und in eine Dynamik, in eine Abwärtsdynamik gemündet. Also beim Euro, ja, da sind wir, da fallen wir gerade aus der steilen Rutsche raus und kommen in, ja, ich würde jetzt mal nicht sagen freien Fall, denn bei 108 ist noch eine Supportline. Aber es kann durchaus sein, dass aus technischer Sicht auch mal demnächst die 1,03 zu Buche steht. Von Parität mag ich jetzt nicht sprechen aus technischer Sicht, aber die Tendenz Richtung 1,08 und danach Richtung 1,03 ist durchaus gegeben und der Euro ist ja im freien Fall sozusagen. Ja, von vielen als digitales Gold bezeichnet. Der Bitcoin technisch im Moment mit einem Island Reversal, also mit einem Gap hier, das er zuletzt aufgemacht hat. Eine sogenannte, ein Opening Gap, eine Kurslücke, die er jetzt wieder geschlossen hat. Das kommt oft oder sieht man immer mal wieder, egal bei welchem Chart. Ein Gap wird aufgemacht. Gleichzeitig wird mit diesem Gap die 200er und die 38er Tagelinie überhandelt. Alle schreien Juhu. Jetzt ist der Ausbruch da. Dann fehlt das Momentum. Es fehlen die Anschlusskäufe, das Vertrauen in diesen Ausbruch. Und jetzt per heute ist dieser Ausbruch auch schon wieder Geschichte. Also ein Non-Event sozusagen. Und diese charttechnische Konstellation nennt man Island Reversal. Und wenn die auftritt, beziehungsweise wenn man die erkennt und die Tendenz erkennt, beziehungsweise Signale, dann ist es oftmals so, dass dieses Gap, das zuerst für Euphorie sorgt, dann eben beim Closing, wie wir es hier sehen, dann wieder für Ernüchterung und Enttäuschung. Ich habe es vorher angedeutet, in den Charts sind viele Linien. Ich habe deswegen auch verzichtet, die einzelnen Marken einzuzeichnen. Hier vom 6.4. in der Früh. Wir erstellen hier immer mal wieder solche Übersichten. Zum einen für die kurzfristige Tendenz. Sie sehen hier Tagestendenz. Kurzfristig bedeutet so mehr oder weniger auf Wochenbasis und mittelfristig so für das erste, zweite Quartal hinein projiziert. Also für die Aktienmärkte per se sind die Aussichten im Moment aus technischer Sicht alles andere als gut, aber auch noch nicht verheerend. Also wir haben noch keine Crash-Szenarien. Selbst wenn dieses Gap bei 13.975 im DAX geclosed wird oder sich jetzt auch S&P und Nesdic nach unten verabschieden, wir haben im Moment noch keine Crash-Szenarien, die sich da ergeben, aber eben auch keine großen Rebound-Signale, keine Bodenbildungen, die so nachhaltig sind, dass man sagen kann, jetzt ist es absolut in Anführungsstrichen sicher, dass die Märkte nach oben gehen. Wie gesagt, Ceteris Paribus, wenn natürlich morgen, was wir alle hoffen, Frieden einkehrt auf dieser Welt und vielleicht auch nicht nur in Russland, sondern auch in den anderen Ländern, in denen Krieg betrieben wird, dann kann das natürlich einen ganz schnellen Schlag nach oben geben. Aber wie gesagt, das ist für uns alle Hoffnung und in den Märkten absolut im Moment nicht ersichtlich. Euro auch perspektivisch nach unten gerichtet, nicht nur zum US-Dollar, im Moment auch weiterhin gegenüber dem Rubel, warum und weshalb, die Geschichte kennen sie alle. Und auch der Bitcoin, also der Bitcoin hat seine Berechtigung. Der Bitcoin ist für viele auch mittlerweile eine Asset-Klasse, eine zusätzliche Asset-Klasse. Aber ihn als Krisenwährung und als sicheren Hafen zu bezeichnen, davon würde ich im Moment auch Abstand nehmen. Er hält sich zwar noch ganz stabil im Moment, aber wir haben hier deutlich höhere Volatilitäten als bei allen anderen Asset-Klassen. Gold, Edelmetall, Perspektive steigend. Auch das Öl, also kann man sagen, wie weit soll es denn noch gehen? Aber die Technik sagt im Moment weiterhin aufwärts gerichtet, Öl wird sich weiter verteuern. Die kurzfristigen Marken sehen Sie hier links. Wie gesagt, für kurzfristige Trader, für kurzfristig Orientierte oder für kurzfristige Absicherungen, wenn man jetzt in Urlaub fährt. Bayern sind jetzt dann Osterferien im Gegensatz zu Hamburg. Und dementsprechend kann man da mal einen Stop ziehen. Aber wie gesagt, das besprechen Sie am besten mit Ihren Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern bei Donner und Reuschel. Ja, ich hole jetzt mich mal und den Carsten wieder zurück. Ja, ich sage danke, Carsten, einmal dir, dass du die Zeit gefunden hast. Ich sage danke Ihnen allen fürs Zusehen. Wir von Donner und Reuschel, Mumm und Mut, Carsten Mumm und Martin Utschneider, wünschen Ihnen schöne Ostern. Wie gesagt, auch ohne Ferien kann man Ostern schön feiern, Carsten. So ist das mal. Und altbewährt, in Bayern sagt man Servus, in Hamburg sagt man Tschüss. Und ebenso vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Alles Gute. Ciao. Tschüss.